Ja, wir haben ja auch schon gesagt, dass das Standard-Aufwick-Aufhörer unterschiedlich ist, wenn es Standard-Aufwick ist, dass es ganz sensitiv zu extremen Veränderungen, so wie es wir auch extrem werden. Wir haben ja auch den Genümschnitt-Aufwick nicht so sensitiv zu Veränderungen, sondern mehr sensitiv zu Veränderungen im Genümschnitt. Wir haben ja auch den Algebra begründet, wofür die Abführer sind unterschiedlich. Okay, und so haben wir die zwei Formler, som hier ist den Genümschnitt-Aufwick und den Standard-Aufwick. Und wir haben den von nun Data xn-xn, und wir kallern den Genümschnitt-Auf-Daten, den kallern wir µ. Und jetzt schauen wir uns auf den Algebra begründet, warum die so unterschiedlich sind. Und da sehen wir erst und främst auf den unterschieden wir hier haben. Wir sehen uns im Standard-Aufwick, sodass sie in Summen sind wie x und andere, mens h, genümschnitt-Aufwick, da haben wir nur den absoluten Wert von dieser Differenz mellom x,y und genümschnitt. Und jetzt schauen wir uns auf den Grafen auf x,y und andere. f auf x,y und andere. So, dann gehen wir jenom h,y und h,y und h,y und n. So, dann gehen wir jenom n,n. Und wir lagen hier noch so einen anderen Graf. So, wofür, das kann ich sehen? So. Und der, also den Grafen hier, der hat g auf x. All die x. Okay. Okay. So, wir kennen beide Funktionen. Und wir vet, so hat, wie vor, diese Grafen. Ähm. Men, skal vi sehen, was den Vorhold auf diese, auf diese Grafen, das haben wir, genümschnitt-Aufwick und Standard-Aufwick. Okay. So, först und främst, war, äh, wie wir gerne verstehen, was den Formeln von Standard-Aufwick betür, woher die Abführer dann sei so verschieden. So, ähm, äh, war Schärf, vor Exempel. Wie ist, äh, n, er liegt n. So, wir haben bare n Punkt auf Data. Äh, so, da haben wir, so dann Summen, äh, äh, n over n, Summe, core fra n, till n, ähm, xn minus µ, Quadrat, oder wir können äh, äh, sämre in der restaurantsа, damit wir, äh, xn minus µ, Cloudrat, und was, dass wir darstellen, äh, auf ein Quadratteil, so dann wird mit dem, äh, được, äh, in der permits val多, diese 정도Anlage! Okay. Und da können wir auch, äh, 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 hat der Fakt ist das Samme zum Genomschnitt Affig, bis wir schreiben dann, so N, T, N X, N, minus Mu, so in dem Fall, aber geht es das Samme, und Fakt ist, aber geht es die Knülle, Spöschmoll so, der kann denkt es um der Wofür ab weg Affig wie 0 wie 1 ok, so ich kann das sehen, aber wenn wir verstehen, wie groß die Afrika so, da die Idee wir müssen sehen, auf die Leitungen im Summen, wenn wir das haben also, diese Leitungen in Gül die sind answahl, die vor Wurst Summen an ok und ob den Quadraten ist dann das Affigen, aber die hält die Samme Summe ein 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 gang Summe wir Quadraten und ein andre gang war absolut Verden ok Okay, und was wir sehen hier, von dem kleinen Diagramm, das wir hier haben, so das bedeutet, dass x i andere, den a större als x, bis x a större als 1. Also da sind wir in den D-A-F-Grafen. Und das heißt, wir haben den Quadratfunktionen, so den wuchs sehr, sehr, sehr fort, zusammenliegen mit den linearen Funktionen zum G auf x. A liegt x. So, mit der anderen Uhr, x i andere, a ist mye större als x, bis x a större als 1. Und wir haben auch so, dass x i andere a mindre als x, bis x a mindre als 1. Und ja, faktisch liegt x a liegt n, wenn okay, wäre ich so interessiert. So, den Fall mit x större als n, dann haben wir h wie h. Und h haben wir in den Umrohde, som haben wir in den Fall beschrieben. Okay. So, und faktisch a den verschiedenen Upführen auf den Quadratfunktionen, oder den absolutwertigen Funktionen, den gründen, wofür diese 2-Aufweg-Behandler extrem werden ja, oder werden ja zum Liga-Wäldin nah den Genomsnitt-Forschnelli. Und den gründen a faktisch so, skal wir sette in vor x nah den Aufstanden auf x i minus my. So, bis wir sette in x i minus my. Absolut-Wäldin. For x, bis x i minus my a större als n, so klarer wir, at x i minus my, die andere a större als x i minus my. bis den a större als n, und bis den Aufstanden a mindre als n, so da får wir at x i minus my die andere a mindre als x i minus my. Bis den a mindre als n. Okay. Und was lernen wir von den Observationen? Also, wir lernen faktisch, at den, som står uppe har, lebetür, vis x i a langt borte fra my. So, a, also langt borte a icke veldefiniert, men längre än 1. so a x i minus my die andere mye större än vadden Aufstand. Und det betyr, vis vi ha en extremverdi, som ligger velde langt under fra äh, fra genomsnitt, so betyr det, at den lädt i Summen, vi ha for den Standardafiken, so den a ganz gestor, den bidrar ganz gemüe till den Summen, mens sammenligem me jenomsnittsafik, äh, i den jenomsnittafiken, dat hab ich bare den Aufstand, och den bidrar icke somy. Okay, och in Mozart vai, so vis, äh, x i minus my a lite, äh, so, mindre än 1, äh, x i minus my enda mindre, och, så på en algebraisk motte, vad den betyderningen a, mens i den jenomsnittafiken, vi ha det, vi bara den enkelt, afstand, visse ja mindre, so, äh, äh, visse mindre än 1, så bidrar den enkelt, i den jenomsnittafiken, men i standardafiken, quadrära vi den, och davor vi en lädt, soma ganz, ganz geliehte, sammenlig med den Originalen, ja, so, ähm, och den en algebraisk gründen, wofur den standardafiken, äh, berühr sig ikka som mye, um let, äh, äh, um data, som liga, väl dinad till, äh, den jenomsnitten, mens den er ganz gesensitivt, till, ähm, äh, extreme värde, ja som liga langt, ünner, fra, ähm, äh, fra jenomsnitt. Och, äh, vor den, äh, vor den jenomsnittafiken, så har det helt, äh, mutsat, so den jenomsnittafiken, så den tar också i betrackningen, äh, den, äh, die extreme värde, ja. Men, äh, den är icke så sensitivt, så den ökar icke så, så mye, vis vi, vis vi tar en större, extrem värde, ja. Men er, äh, sammenlige med den standardafiken, som man ganz stabilt, vis vi får andre litt, äh, i nahhetten av jenomsnitt, så, äh, är den jenomsnittafiken, da är litt mer sensitivt, så siden, äh, vi tar icke den Quadrat. Och den forskjellen, i den, äh, uppföring av standardafiken, och jenomsnittafiken, som man erhält, begründet i, äh, den, äh, i den, ähm, i den, ähm, i den, äh, i den, ähm, i den, äh, i den Quadratfunktion, sammenlige med den enkelte Funktion, som senna, äh, x till x. i den, äh, i den, äh, i den, äh, dit, äh,